Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bosenmachter 2015 in der Goldedition mit mir und dem lieben Florian, der jetzt gerade ist die Runde Ach du bist auch wieder da Noch eine halbe Stunde und dann kommt die Ubisoft 2, äh 1 Ja, hat mal einen neuen und so Ja, den hab ich schon Ja, das ist bei mir leckt das so immer noch Hätten Bagger erstmal da hinliefern Ja Und dann baggern Kannst du auch baggern oder? Ja, das hat keinen Sinn wenn ich mit dem Raster an der kommt, oder? Nee Dann glaube ich nicht Außer du machst wieder deinen bestimmten Dreck und fährst da immer so komische Lücher Wie viel kostet nochmal einen Bagger? 200? Ja, 200 Wie viel Geld hast du? Ich hab 133 Ja, dann überweist mir mal alles und dann kannst du dir einen neuen Bagger holen Dann müssen wir zweimal fahren, aber dann machen wir zwei Bagger Was? Ich hab den eigentlich, dass den einfach da hinliefern Ja Oder das Wie viel brauchst du denn? Was ist 101? Ja 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 Noch mal 100 150 Euro Ja Ja Du brauchst auch noch was Alter, warum? Ja 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 Nee Alter Nein Ist das jetzt ein Witz? Ja 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 Alles klar Warum bin ich jetzt mitten in der Luft? Nee Ich würde mitten in der Luft gespawnt Ja Ja Ich hab den schon auch mal gesehen Also du musst jetzt hier gleich Wenn ich raus bin und das alles funktioniert Was ist denn das für ein Fick? Ja Ich hab dich noch was kaufen Ich weiß nicht ob du was kaufen kannst, aber ich bin gerade am mächtig am Marsch Ich bin gerade Imo in der Luft gefangen Ich seh Scheiße Ich hab mich immer festgebracht Ich hab mich immer festgebracht Setzt zurück auf einmal mal Ich hab wirklich nix getan Nix Nada Ja Ja Wir müssen jetzt mal Ja Ich bin jetzt mal Junge Du denkst du ich mach das auch Ah ja Hm Ja mach mal erstmal Yes Ich hab wirklich nix gemacht nur einfach zurückgesetzt ja nee, alles klar der Anhänger ist hier immer noch in der Luft nee, komm, reich Junge, der hat sich irgendwo festgebackt ja nee Mann das war den Anhänger und den Waggerstuhl ja warte mal ich komm da nicht rein weil das Fahrzeug noch so festgelegt ist komm da auch nicht hoch ey, wo ist denn der Bagger? ein großes Problem, was wir jetzt haben ja, hab ich jetzt auch gerade gemerkt müsste ich tun ja ja, Entschuldigung ich muss auch erst mal gerade einkaufen erstes dann müsste der anhänger noch in der luft sein so schnell bin ich auch noch nicht das problem ist das passt immer das dauert bis das einmal runter ist bitteschön ja viel spaß bei mir ist es nicht so gelaufen wie es sein sollte ich habe aber wirklich nur einmal zurück jetzt etwas war habe ich schon ja aber gerade dauert noch ein bisschen weil er immer bei mir so rum jetzt bin ich mal drin und jetzt sehe ich meine scheiß maus nicht warum kann man die nicht blau werben oder schwarz warum nicht so gelb schwarz wie bvw oder so grün wie kottgrün also ich bin schon mal da ja ich glaube ich fahre den jetzt mal das dauert ja eh pass auf dass du keinen unfall brauchst und zurückzessen musst dann läuft bei mir ist bei mir nicht so gut gelaufen das dauert ja das dauert das dauert das dauert aber das dauert was ist ein fütter Er spielt nur die personeller EMA und die Kampfer ist so gut. Doch, Börr, oder? Du, ich habe gesagt, das Spiel verhaftet. Hä? Ja, das Spiel verhaftet ich gerade. Aber misch dich. Ich bagge jetzt erstmal ein fettes Lock. Ja, bist du da... Ja, bis du da bist, dauert eh noch drei Stunden. Ja, das sieht man und hört man. Ja, scheiße. Ja, das sieht man aus. Und noch ein paar Stunden. Ja, das ist noch ein paar Stunden. Ja, das ist noch ein paar Stunden. Ja, das ist noch ein paar Stunden. Okay? Abfahren? Entschuldigung. Ja,herkommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020